Ich begrüsse euch zur dieswöchigen Ausgabe des Veranstaltungsgeländers. Ich bin euer Moderator Steve und zeige euch, was diese Woche so ansteht. Eines soll im Voraus schon erwähnt werden. Wer Französisch kann, würde in diesem Gebiet sicher im Vorteil sein. Der Samstag am 21. Mai findet in Fribourg eine Museumsnacht statt. Falls ihr auch ein riesen Fan seid von Klassikern wie Herr der Ringe, Matrix, Zurück in die Zukunft und und und, dann müsst ihr dort definitiv reinschauen. Nach ihren eigenen Angaben werden dort über 300 Filmrequisiten vorhanden sein und 80 davon werden sogar Originale sein. Mehr Infos oder was es genau zu sehen gibt, findet ihr unter www.acrossthescreen.ch Es ist wieder soweit. Diesen Sonntag findet am 22. Mai vom halben 11 bis 16 ein Smash Bros Turnier in Biel statt. Falls du immer mal heute über den Beiss absahnen oder einfach nur beim Turnier mitmachen oder einfach nur die Leute dort kennenlernen, das ist der perfekte Ort für euch. Und das Ganze wird auch noch auf Twitch gestreamt. Mehr Infos dazu findet ihr unter www.swissgamerzone.ch Wie schon erwähnt, sind die Veranstaltungen dieser Woche alle im französisch sprechenden Raum. Falls ihr noch wisst, was ich soll machen, schaut doch bei meinem YouTube-Kanal vorbei und sonst würde ich sagen, das wäre es gewesen für diese Woche. Vielleicht kann ich euch helfen und vielleicht helfe ich euch ja nächste Woche bei der Wochenplanung, wenn es wieder heisst beim Veranstaltungsgelände. Bis dann und sage ich Tschüss! 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 Tschüss!